Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Your Setup. Heute mit einer Klasse von, ich muss ganz eben gucken, Simpact Gary, heißt der, Gary wie die Schnecke von Spongebob. Und er hat sich mal was echt Behindertes ausgedacht, was ich aber mega feiere, weil das total dumm ist und ich liebe dumme Sachen. Und zwar, ich darf mir eine Klasse komplett selber aussuchen, meine Killstreaks auch, da fällt mir gerade ein, äh, wartet mal, ich muss mal ganz kleine reinmachen, gut. Äh, und zwar möchte ich Herrschaftsspiele und zwar, total dumm, in der ersten Halbzeit muss ich mit Empfindlichkeit 1 spielen und in der zweiten Runde mit Empfindlichkeit 14. Das heißt, in der ersten Runde drehe ich mich voll langsam, so langsam wie noch nie. Und, äh, in der zweiten Halbzeit dann so schnell, dass ich mich wahrscheinlich, äh, auf gut Deutsch, ich werde wahrscheinlich nicht zielen können. In der ersten Halbzeit werde ich vielleicht zielen können, aber dafür nichts treffen, äh, oder mich nicht drehen können. Und, in der zweiten Halbzeit ist es genau andersrum. Also, machen wir mal. Sichtempfindlichkeit auf 1. Okay, wollen wir mal gucken. Oh Gott, okay, das wird, oh Gott, das wird toll. Das wird super. Oh, Seehofen Lover schreibt, oder Jova? Heißt das eigentlich Jova oder Lover? Wie heißt du eigentlich bei Steam? Äh, Skunky. Ganz normal. Nein! Okay. Er ist mal gequickscoped worden vom... Oh Gott, ist das eklig. Ist... Oh Gott. Ich, ich mach übrigens das so schnell, wie es geht, ne. Das ist, äh... Ich hau den Knüppel voll rein. Das ist... Oh Gott. Ah. Ich darf mich gar nicht so viel umdrehen. Ich muss immer gerade rennen. Und einfach hoffen, dass kein... Oh, wartet, wartet, den hole ich. Den hole ich. Den hole ich. Fuck. Oh nein. Wo ist er? Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Da. Aha. Ah nein. Yes. Tun wir nicht. Ich hab ne Drohne. Ah. Oh, das ist toll. Oh, okay. Oh, fuck. Ja. Ach, meine Hunter Killer hat ne Drohne. Oh, komm. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Yes. Na. Ja. Ich hab ihn noch bekommen. Glaube ich jedenfalls. Hua. Oh, das wird so toll. Oh, jetzt werde ich angeschrieben. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Was hier gerade piept. Ich hab grad ein bisschen Angst. Ein Wächter. Das ist, glaube ich, Facebook, oder? Oh, warte. Maxi schreibt irgendwas. Der Maxi. Äh, da oben, da oben, da oben. Ich hab ne Granate. Oh, nein, da unten. Nein. Stopp. Fuck, ich dachte, er läuft in meine Granate. Ah ja, ein Wächter. Okay, wartet mal. Wir hauen ihn mal. Wir hauen ihn mal eben hier so. Warte mal. Wo hauen wir den hin? So. Das sollte, glaube ich, einen ziemlich guten Bereich abdecken. Alles klar. Das heißt, A ist schon mal relativ sicher. Das ist echt witziger, als ich dachte. Bin ich mal ganz ehrlich. Oh, Gott. Ich bin so lahmarschig. Nein. Das ist auch das Schlimme, ne? Der muss einfach nur einen Schritt zur Seite gehen, schon kriege ich ihn nicht mehr. Was ist das? Wenn der das wüsste, dass ich auf eins spiele, ne? Wat da war... Oh, fuck. Dahinter war noch einer. Sehr schön. Charlie wird gesichert. Ha. Gotcha. Okay. Ähm. Meine Teammates nehmen Charlie... Also C ein. Jetzt sag ich auch schon Charlie, Alter. So richtig... Professionell. Oder nehmen wir... Nehmen wir jetzt C ein oder nicht? Entscheidet euch mal. Ich würde C ja gerne einnehmen. Oh nein. Ich hau ab. Ich hau ab. Also... Okay. Ach, ne EMP ist das? Oh, fuck. Oh Gott. Oh, ich hab ihn gehittet, aber... Oh nein. Ich hab grad ein bisschen Angst. Hahaha. Opfer. C. Oh oh. Nein, ich muss nachladen. Nein, ich musste nachladen. Ich hätt den Typen so bekommen. Ey, wieso? Wo ist mein Wächter? Oh. Jawoll. Okay, lad nach. Jeder Kill ist hier echt ne... ne Herausforderung. Vor allem der. Ich krieg der... What the fuck? Das geht ja mal gar nicht klar. Ich hab ein bisschen Angst vor der zweiten Runde, weil dann bin ich so scheiße schnell. Ich überlege gerade, was schlimmer ist. Oh, fuck. Da war einer. Da war 100 pro einer. Ich hab ihn gesehen. Fuck. Wer ist ein Baby-Lace? Egal, lese ich gleich in der Halbzeit. Höh. Oh, komm, wir brauchen noch einen guten Vorsprung. Bitte. Oh, am besten wäre jetzt... Komm, wir nehmen noch ein paar Punkte ein hier. Für die nächste Runde. Oh Gott, das bist... Höh. Du hast mich erschreckt, du. Wir verlieren bravo. Höh. Nein. Nein. Ja, okay, okay. Wow. Äh, so, wer hat mir... Irgendwer hat mir geschrieben, ne? Das wollen wir doch mal ganz schnell lesen hier. Wer schreibt? Mach mal wieder Videos. Hör die Frisse. Jetzt erst recht nicht. Nee. Jetzt hör euch auf, aufzunehmen. Schön auch, dass kein Bitte kommt. Hm. Die Jugend wird immer asozialer. Äh. Oh, 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 man. Oh, man. Okay. Okay. Ich probier's. Achtung. Feindliche Vorräte unterwegs. What? Das wird die Hölle auf Erden. Ich komm nicht drauf klar. Das wird, glaub ich, schlimmer als die erste Halbzeit, wenn ich ehrlich bin. Achtung. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ja. Hm, okay. Äh, B hat noch keiner. Ich glaub, ich nehm mal eben A ein. Beziehungsweise, ich probier's. Okay. Äh, hups. Lass mal eben... Irgendwas, wo... Da, da musst du, glaub ich, überhaupt nicht zielen. Äh, nehm ich... Helfe ich jetzt bei B, oder geh ich direkt zu A? Ich bin mir grad ein bisschen unsicher. Okay, ich geh zu A. Oh. Ha, ha. 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 Ach, wir haben A. Ah, toll. Okay. Ah. Das sieht grad aus, als hätt ich irgendwie, keine Ahnung, äh, ADS oder sowas. Das liegt einfach nur an der, an der, an der, an der Empfindlichkeit. Was anderes ist das nicht. Das sieht, ich weiß, das sieht auch so, wie ich irgendwie ein bisschen hyperaktiv oder, oder hätte so'n EPI-Anfall. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, oh Gott. Wo ist er denn? Komm schon, guck raus. Ha! Okay, das sieht gut aus. Ha! Das ist... Damit hätte ich auch rechnen müssen. Fuck. Das ist so... Aber cool! Das ist cool. Vielleicht sollte ich nur noch so spielen. Oh Gott. Kommt da einer raus, oder? Hä? Ach, jetzt habe ich die andere Klasse, äh, die andere Waffe mit. Stimmt, okay. Ups. Ha! Nein! Frag mich nicht, ich finde die Pistole ist im Nahkampf echt irgendwie stärker, finde ich. Du musst nur zweimal treffen. Ich habe noch einmal getroffen. Das... Oh, Mann! Das Gute ist, ich glaube, wir gewinnen. Das ist ziemlich gut gerade. Nein! Ich brauche irgendeine andere... Ach, komm, lass mal die hier nehmen. Irgendwie... Ich hatte vorhin ganz gut... Mit der... Mit der Burst Firewaffe hatte ich ein bisschen Glück, ne? Irgendwie. Vielleicht. Wow. Ich hätte ihn fast bekommen, wenn ich getroffen hätte. Ja gut, das kann man eigentlich jeder... Das kann man immer sagen. Ich hätte ihn bekommen, wenn ich getroffen hätte. Ja. Okay. Es hat ein bisschen... Es hat gut angefangen und dann ganz stark nachgelassen. Ich habe schwach angefangen und stark nachgelassen. So sieht es mal aus, Alter. Oh, nein. Nachladen. Ha. Nein, beim... Musste das sein? Musstet ihr jetzt... Ich bin Letzter, okay. Aber es hat einen Grund, ne? Ihr wisst, warum ich Letzter bin. Warte, warte. Ich habe nur den Typ in der Tür gesehen da hinten. Shit. Geld macht die Weltmacht. B wird gesichert. Wir verlieren C. Haftgranate gehen raus. Okay. Ah. Ah, komm, ich brauche eine andere Waffe. Eine, mit der ich... Nein. Ähm... Ja, komm, egal, machen wir. Geht zwar eh nicht mehr lange, aber hey. Aber ich muss sagen, die Idee... Ich fand die Idee jetzt im Nachhinein echt witzig. Oh, fuck! Ich fand die Idee im Nachhinein echt gut. Muss ich sagen, also... Fand ich lustig. Oh, was, 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 was? Wo denn? Ach, so ein Head-Ged-Gener Bastard. Der Feind hat Alpha. So, egal, wir haben Megaworn, wir juckt. Feindliche AGR unterbiegen. Los, na, los! Oh, was, was, was? Oh. Warte mal, ist das eine EMP... Ja, ist das eine EMP-Granate. Komm, wir machen doch schnell den Dings kaputt, den AGR. Wo ist er? Oh, Menno. Ich dachte, ich mach ihn noch kaputt. 15 zu 24. Das ist... Was ist denn das für eine... Ach, das ist diese... Gott, die ist ja eklig, die neue Kamu, Alter. Das ist ja ein hässliches Scheißding. Das ist ja widerlich. Aber wow, okay. 15 zu 24. Das ist hart. Das ist krass. Das ist echt, echt schlimm. Was ich allerdings schlimmer finde, dass ich immer noch eine Verteidigung mehr hab, als dieser eine Typ da. Wow. Das ist echt krass. Aber es liegt besser als erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Okay, wie lang ging das Video? Bestimmt lang genug. 12 Minuten, perfekt. Gut, dann, ähm... War's das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch diese Idee gefallen hat, von mir, von wegen mir keine Klasse zu geben, sondern mal so was Besonderes mit, äh... Empfindlichkeiten, so ein Scheiß, ähm, dann, ja, hab ich nichts gegen. Könnt ihr gerne nochmal machen. Ich meine, ihr entscheidet ja, ihr entscheidet ja, was ich, was ich nehme, in Form von Likes und Dislikes und so ein Scheiß. Und, ähm... Ja, äh, vergesst nicht, eine neue Klasse in die Kommentare zu schreiben und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao.